Hallo, 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 hier ist wieder ein neuer Sportvlog aus meinem Sportkeller heute. Ich hatte keinen Bock raus zu gehen, es ist auch schon dunkel draußen, deswegen macht es keinen Sinn heute mehr. Das coole ist, ich habe so einen Sportkeller und ich kann da ein paar Übungen machen, aber es könnt ihr auch. Ihr könnt es zum Beispiel im Wohnzimmer machen oder in der Küche oder im Bad oder im Schlafzimmer, wo auch immer. Die Übungen gehen fast überall. Nachmachen, nach dem Intro geht es los. Also, tschuh! So, 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 tschuh! Bis zum nächsten Mal. Ja, das war am Ende nochmal der sogenannte russische Twist, heißt es glaube ich mit Medizinball, anstrengend wie die Sau, aber gut, letzte Übung für heute in meinem heutigen Sportvlog in meinem Sportkeller. Also, jetzt dürft ihr es nachmachen und dann schickt ihr mir ein Foto davon oder ein kleines Video oder was auch immer, wenn ihr wollt. Ich sag cheerio Miss Sophie, ich geh duschen. Also, bis dann, macht's gut.